Es gibt ein erstes Community-Update seit knapp einem Jahr, außerdem schauen wir uns die gesamten Inhalte an. Was wird zum Beispiel auch auf der New York Comic Con droppen, was uns dort alles erwarten wird und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Ja und willkommen zurück erstmal hier zu diesem Video, ich hoffe euch da draußen geht's gut und natürlich auch erst recht den Leuten, die hier am Wochenende in Naila mit dabei waren. Wir hatten das Community-Treffen in Naila dieses Jahr und ja, es war mal wieder eine Bombenstimmung. Es war ein wirklich, wirklich schönes Ding, wieder mal am Samstagabend hier auch mit der Community abzuhängen. Wir sehen hier, habe ich das einmal gepostet, das ist ein Bruchteil von den Leuten, die dabei waren. Wir waren so in etwa 20 Leute, die dabei waren. Es war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr nett wieder. Grüße gehen auf jeden Fall raus an jeden Einzelnen, der mit dabei war. Vielen, vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt. Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Abend und jetzt würde ich sagen, starten wir aber direkt rein. Denn das Community-Update hat es wirklich in sich gehabt und ich muss erst einmal vorweg sagen, als ich mir das angeschaut habe, in diesem Fall hier ist das gesamte Community-Update mit Ben Rose, das heißt mit dem neuen Co-CEO gelaufen. Und ich muss wirklich sagen, mich persönlich hat er definitiv überzeugt und für mich ist hier auch mit ihm eine ganz, ganz große Hoffnung. Jetzt wieder aufgeblüht, dass Vivi doch es auf jeden Fall deutlich schneller zum Laufen bekommt, als ich erwarte. Und dementsprechend würde ich sagen, schauen wir uns mal die Themen an, die Ben hier angesprochen hat als erstes. Und der erste Punkt, den er jetzt hier angesprochen hat, war natürlich der Fokus. Denn das Erste, was er auf jeden Fall gemacht hat, war den Fokus auf das Team zu legen, dem Team zuzuhören und auch sozusagen die Sorgen wahrzunehmen, aber auch zum Beispiel wahrzunehmen, was ist in Vergangenheit falsch gelaufen, was ist gut gelaufen, um natürlich daraus auch seine Strategien zu entwickeln, wie er das Unternehmen weiter vorantreibt, weil man natürlich schon auch einfach anhand von Erfahrungen Fehler dann zukünftig vermeiden kann. Ansonsten ist natürlich eine große Frage, die sich auch viele gestellt haben. Ja, was nennen jetzt eigentlich noch Dan und David ihre Aufgaben? Und bei David geht es tatsächlich primär um die Lizenzen. Er wird sich darum kümmern, neue Lizenzen an Bord zu holen, das Gesamte drumherum zu machen. Und Dan wird mehr oder weniger auch seinen Bereich behalten, nämlich die Produktion des Produktes beziehungsweise der Plattform, wie zum Beispiel aber auch die Produktion von Collectibles. Das heißt, er schaut sich die dann an, geht in die Detailansicht mit den Designern und schaut, wie man das gegebenenfalls noch verbessern kann. So wird das zukünftig sein. Ben selbst wird in Zukunft uns Auskunft geben, was in der Firma passiert. Feedback anhören, mit dem Team sich natürlich auch austauschen, zuhören und daraus lernen. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist und wo auch seine Kernpriorität liegt, nämlich dem Team zu helfen, zu priorisieren. Denn das ist auch, was er gesagt hat, so ein bisschen anscheinend das Problem gewesen, nämlich eine Priorisierung für wirklich Projekte zu schaffen. Und das ist jetzt im Prinzip die Challenge, die er hat, hier das Gesamte zu priorisieren. Und ein Prioritätspunkt davon ist tatsächlich das Viviverse. Und da soll wohl ein großer, großer Fokus drauf gelegt werden. Er versteht ja auf jeden Fall die Frustration und sagt selber, dass es auf jeden Fall deutlich langsamer gelaufen ist eigentlich, als es sollte. Ansonsten, wie gesagt, auf jeden Fall eine große Priorität. Und er hat auch nochmal sehr klar gemacht, dass es ihm persönlich auch wohl sehr, sehr wichtig sein soll. Es wird laut ihm auch in Zukunft wohl Behind-the-Scenes geben. Das heißt, wir können da entgehend gegebenenfalls auf jeden Fall auch was sehen. Der nächste Fokuspunkt, den er angesprochen hat, war natürlich Utility. Das ist natürlich ein großer, großer Key für sie. Und davon ist unter anderem das Viviverse ein ganz, ganz großer Part. Das große Problem, was sie aber tatsächlich neben dem Viviverse haben, ist nämlich, dass der Space sich mit der gesamten Utility-Funktionen und Möglichkeiten so schnell bewegt, dass es fast nicht wirklich möglich ist, da entgehend zu sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel das oder das machen als Utility, weil es sich halt einfach zu schnell entwickelt derzeit. Deswegen heißt es natürlich nicht, dass man jetzt gar nichts an die Utility anbieten kann, nur weil sich der Space so schnell bewegt. Aber es wird auf jeden Fall deutlich länger brauchen, da auf jeden Fall was Ordentliches zu finden, um da natürlich dann auch Utility zu integrieren. Stacker ist natürlich dort aber auch, ja, hat er selbst gesagt, ein wichtiger Part von dem gesamten Punkt Utility. Und wir haben ja auch schon von Stacker gehört, dass es dahingehend auf jeden Fall auch einige Ideen und Entwicklungen geben wird, um natürlich auch Vivi und auch um Utility zu fördern. Und weil mich darauf schon viele angesprochen haben, wann denn eigentlich der nächste bzw. die zweite Folge mit dem Dr. Profit kommt zu Stacker, dazu kann ich tatsächlich nur sagen, wir müssen da erstmal ein bisschen abwarten, denn ich bin nämlich, ja, demnächst im Urlaub und das persönlich möchte ich auch mir ehrlich gesagt gönnen. Gegebenenfalls wird es dort noch einen Überraschungs-Stream geben, dazu dann aber mehr, wenn es soweit sein sollte. Ansonsten ist natürlich das Thema Wachstum enorm interessant gewesen und auch enorm wichtig gewesen. Und Sie wollen hier zum Beispiel geografisch wachsen, aber natürlich auch bestehende Reichweiten nutzen und ausbauen, wie zum Beispiel Popculture oder Comics. Ansonsten liegt natürlich der Fokus darauf, ein großer Fokus, der außerdem auch besprochen wurde, war natürlich, wie können wir den Leuten das digitale Kollekten näher bringen und auch erklären. Sie wollen außerdem sehr viel mehr in Marketing investieren, um natürlich das dann auch zu erreichen. Ansonsten kommen wir noch zu New York Comic Con. Das war der letzte Part hier in diesem Video und er ist leider zwar nicht da, dafür aber David und Dan und es wird wohl einen ziemlich großen Stand geben. Außerdem wird es natürlich auch für alle Leute, die wieder vor Ort sind, eine Party geben. Es wird Special Guests geben und es wird eine Releasing Show für Collectibles geben, denn wir werden unter anderem eine neue Partnerschaft für physische Collectibles sehen und Comic Con Exclusive Comic Cover Release, was ich persönlich auch ziemlich spannend finde, was das dann genau sein wird. Ansonsten für alle Gold, Silver Logo Holder gibt es insgesamt und das muss man sich wirklich mal geben, drei physische Collectibles auf jeden Fall abzuholen in New York. Unter anderem soll es bis zu zwei bis drei Collectibles digital noch sein, die man wohl bekommen kann. Und das muss ich wirklich sagen, finde ich crazy. Also das steigert den Wert des Golden, Silver Logos einfach enorm, unabhängig jetzt davon, ob ich eins habe oder nicht. Aber für die Leute, die eins haben, ist es meiner Meinung nach einfach ein absolut krasses Ding und es wird von Jahr zu Jahr irgendwie deutlich, deutlich besser, auch was an Utility dazukommt, was man damit machen kann. Und von daher kann ich nur sagen, jeder, der ein Gold Logo hat, behaltet das auf jeden Fall, denn meiner Meinung nach ist dort einfach ein riesiges Potenzial, was langfristig auf jeden Fall noch deutlich über das hinausgeht, was wir noch derzeit haben. Außerdem alle Leute, die MCP Level 100 sind, bekommen sogar ein extra Collectible, was speziell für sie gefertigt wurde. Und da wir wissen, dass es nur einige wenige MCP Level 100er gibt, ja, kann man sich natürlich auch vorstellen, dass sich dort, denke ich mal, auch was ganz Besonderes überlegt wurde von David. Ich bin sehr gespannt, was das dann im Endeffekt sein wird und ich werde euch natürlich darüber auch auf dem Laufenden halten. Jetzt haben wir tatsächlich gerade schon ziemlich viel darüber geredet, was im Community Update war. Aber wir schauen uns mal an, was nämlich tatsächlich schon mehr oder weniger gelegt wurde. Und zwar soll es wohl eine neue Partnerschaft mit Vibi und CGC geben, dem größten Comic Book Grading Service. Und dementsprechend hat das natürlich auch eine große Relevanz. Hier wird auf jeden Fall der Hinweis gemacht, dass wohl hier die Möglichkeit besteht, dass das Ganze auch nicht nur für eine physische Partnerschaft ist, sondern auch im Digitalen das Grading irgendwie möglich sein sollte. Was das genau dann bedeutet und wie das im Detail aussehen wird, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ich versuche aber natürlich, euch darüber auf den Laufenden zu halten, wenn wir dazu irgendwelche Neuigkeiten haben sollten. Kommen wir zu Omi2NFT. Und das ist wirklich spannend, was Vibi und Stacker jetzt hier auch gemacht haben, beziehungsweise Ecomi. Denn man kann jetzt nämlich in der Vibi Web App auch Collectibles für Omi auf Stacker direkt listen, ohne dass man in Stacker sich anmelden muss. Und das muss ich sagen, finde ich wirklich cool. Ihr habt hier dann das ganze List on Stacker für Omi und ihr habt dann außerdem hier, wie ihr seht, auch nochmal die Möglichkeit, das Gesamt einzusehen. Hier sieht man, hier sind die Omi-Preise und man kann direkt zu Stacker springen. Finde ich persönlich super cool umgesetzt und gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin persönlich auch super happy, dass das Gesamt jetzt so gut geklappt hat mit der Integration und bin gespannt, was hier in Zukunft noch so alles kommen wird. Kommen wir als nächstes noch zu The Amazing Spider-Man Hashtag 1 aus dem Jahre 2018. Und hier werden wir nämlich das Comic mit der First Opinions of Kindred sehen am 10. Oktober um 17. deutscher Zeit, das heißt am Donnerstag. Und ich würde sagen, wir schauen uns dazu die Comic-Cover direkt einmal an. Wir sehen natürlich wie immer hier 5 Cover. Ich persönlich finde auf jeden Fall die Rare, wie auch die Ultra eigentlich ziemlich cool. Ansonsten haben wir hier eine Editionzahl von 5000 Stück und einen Listenpreis von 7 Dollar. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auch mal den Preis auf Go Collect an. Der ist nicht allzu viel versprechend. Einen 9.8 Grad mal hier für 30 Dollar. Deswegen für mich persönlich an dieser Stelle auch definitiv keinen Drop, den ich mitnehmen werde. Kommen wir noch ganz kurz zu Vivi Comics. Denn hier wird es auch zu Halloween wieder ein Trick and Read geben, wo ihr daran teilnehmen könnt, wo ihr einfach kostenlos hier mehr oder weniger Comics mitten könnt. Insgesamt sind es 5 Stück, die ihr free mitten könnt. Es fällt dir an dieser Stelle nur eine Transaktionsfee von 40 Cent an, die ihr dann bezahlen müsst. Ansonsten ist das Comic selbst auf jeden Fall for free. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr das Vivi Community Update fandet. Und jetzt wünsche ich euch da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgenmitte. Guten Abend und bis dann, euer Captain. Ciao, ciao.